Ja, liebe Freunde, die läuft eben mal raus. Unkrautbekämpfung in meiner Braugerste. Ich spritze hier 100g Konzept, die Hektaren. Das kommt jetzt hier gerade rein. Und die Stadane 180g. Ja, liebe Freunde, jetzt dünge ich da für Kartoffeln. Zuerst Kali, Patents, Kali. Tausend Kilo die Hektare. Ja, liebe YouTube-Freunde. Bei leichtem Regenfall streue ich da Patent Kali. Und nachher noch ein DAP-Dünger. Nicht so viel Patent Kali. Für Speisekartoffeln tausend Kilo. Für Saagkartoffeln 800 Kilo die Hektare. Jawohl. Und warum dünge ich bei leichtem Regenfall? Ja, ha, ha, ha. Rausi begst du dir. Rausi verliert baldige Dote. Das scheiss Wetter. Ich warte und warte. Ich hoffe, ich kann Kopf und Pflanzen. Das ist einfach verrückt. Ich bitte Taraf owner. So, Feld fertig. Rechnerisch noch 20 Kilo im Streuen. Nicht schlecht. Ja, das hat geklappt. Das Wetter ist auch wieder besser geworden.